Das Chestrick ist oftmals die Wahl, wenn man Wert legt auf Beweglichkeit und Freiheit. Schweiß und Hitzestau werden hier möglichst minimiert. In der Regel hat man hier weniger Anbringungsmöglichkeiten als bei einem Plattenträger. Aber die Seiten werden nicht von einem breiten, warmen Kummerbund verdeckt und der Rücken ist komplett frei. Meist günstiger als ein Plattenträger hat man aber auch bei einem Chestrick viele Möglichkeiten, um seine Magazine und sonstiges taktisches Gear zu verstauen. Das ist ein Plattenträger.